hallo leute weiter geht's bei metroid 2 und steht ein kampf bevor und zwar gegen dieses ein zetter metroid sollte es sein zetter ich glaube ja ich habe meine videos angesehen ich glaube man kann das wie wirklich nur von vorne und von hinten verletzen ja aber wie soll ich das anstellen bitte es fliegt ständig ja nee das wie ist übel ich weiß nicht wie man das besiegen soll echt das tötet mich das tötet mich es töte mich hallo ich hab's anscheinend erwischt ja schön aber ich bin dafür fast tot wie viele missers habe ich jetzt verschwendet hunderttausende ich weiß es nicht naja immerhin ist das scheißvieh tot in diesem raum war jetzt das sonderlich sonderlich uncool für mich zum diesen gegner besiegen ich bräuchte mal dringend energie wo gab es noch mal energie ich überlege gerade hier unten was gibt hier noch naja das wasser stimmt ich bin gerade versucht hallo was ist dein problem da muss da muss was dein problem danke nee ich möchte theoretisch gerade zurück wo so ein energie aufwildings war eigentlich aber erst mal gehe ich speichern erst mal speichern das ist das wichtigste so oder ich mache euch einen vorschlag ich werde kurz auf screen dahin gehen einfach damit ihr das nicht mit ansehen müsst ja also moment bitte so da bin ich wieder leute ich habe hier meine raketen aufgestockt das andere ding habe ich nicht gefunden das energie auf auflade ding sie vielleicht habe ich mich auch geirrt oder so aber auf jeden fall ist mir hier noch diese larve aufgefallen und ich glaube hier haben wir gar keine kein metroid gesehen dass ich mich kurz umgesehen habe habe ich gesehen da rechts geht sie auch noch weiter irgendwie habe ich das übersehen gehabt oder ich weiß es nicht auf jeden fall nehme ich jetzt mal stark an da oben ja wartet so ein scheiß vieh auf mich frag mich grad wie ich wie ich das machen soll wie ich da hoch also wie ich es töten kann ohne selber getötet zu werden es ist immer sofort da es ist immer hallo ich habe gesehen ich kann ich kann da gar nichts machen wie auch lass mich doch endlich mal wechseln schnell du musst scherben vielleicht kann ich es so noch besiegen komm schon ja ja komm 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 schon ganz ruhig bleiben ganz ruhig und es ist tot wow nein nicht in die stacheln wenn ich jetzt sterbe ja dann schrei ich wenn ich jetzt sterbe dann schrei ich ganz im ernst ist mein voller ernst schön langsam zurückfahren bitte hier runter und stehen bleiben danke ja gibt's hier noch habe ich mich doch nicht geirrt habe ich mich doch nicht geirrt da ist zum teil wie komme ich daran wie komme ich daran hatten wir das nicht ich dachte wir hätten hier auch so ein teil gefunden ganz im ernst ich war mir ziemlich sicher dass ich auf dem weg so ein ding gefunden habe aber ich war mir jetzt echt nicht sicher dass da noch ein metroid war das ich bin gerade ziemlich überfragt leute meine ich finde es cool dass ich den jetzt noch gefunden habe aber ja ich weiß nicht ich habe überhaupt keinen durchblick mehr auf jeden fall haben jetzt wieder eine menge raketen wir haben wieder ein bisschen lebensenergie nun gehen wir zurück zum speicherpunkt und ja sehen dann wie es weitergeht lass mich in ruhe du ding hallo wie weit wie weit ist es noch bitte wie weit kann ich bitte irgendwo runter aber hier waren wir drin oder ja hier müssen wir ehrlich ich bin jetzt echt nicht mehr sicher verdammt auch wenn ich jetzt wieder meine ganze energie verschwenden ein samus du bist doch eine man warum macht ihr einen verfickten sprung nicht haben wir hier drin gekämpft ja oder ja hier drin haben wir gekämpft war jetzt echt nicht mehr sicher das in ordnung dann sie hört auf mit diesem sprung sie hört einfach in der luft damit auf warum ich verstehe es nicht ich verstehe es verdammt nochmal nicht schon wieder schon wieder ja sprich schon wieder und sprich na gut immerhin hat jetzt den hier gekillt so und so 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 ja es wäre ja eigentlich gar nicht so schwer verdammt nochmal so jetzt einfach nach unten fallen hier geht geht doch alles ein bisschen schneller so wo ist meine abzweigung ne noch nicht hier gleich 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 nein hier vielleicht das meine speicher nein ist es nicht noch ein stück weiter runter da muss es sein oder ja da ist meine speicherstation gut also weiter geht's boah ich hab bestimmt so viele metroids übersehen oder so viele geheimnisse hallo da könnte ich lang da kann ich offenbar nicht lang oder doch hier kurz diese wand absuchen ne es sieht nicht so aus ähm ok gehen wir weiter echt hier habe ich sowas von ver eher etwas wie bitte wo bin ich zum teufel echt jetzt wo bin ich ne ich ich ganz im ernst ich habe ich sehe überhaupt nicht mehr durch ich sehe überhaupt nicht mehr durch null ich ich muss mir ich brauche eine karte ne ich habe echt null ahnung mehr oder habe ich jetzt hier einfach alles geschafft und muss einfach zurückgehen das kann natürlich auch sein das kann natürlich auch sein wo war das denn nochmal wo bin ich jetzt haben wir irgendwie ein ein erdbeben nicht mitbekommen oder wie sieht es aus ich bin jetzt echt über überfordert immer ist dieses scheiß wie genau da wo ich lang will jetzt kann ich hier weiter runter also habe ich vermute ich einfach da was ne doch nicht ich dachte ich hätte vermutlich einen beben über überhört über die übersehen offenbar nicht wo muss ich denn hin ja jetzt langsam fängt es an leute langsam fängt es an hier hoch wieder ja dann gehen wir nochmal zurück verdammt ja wir haben was übersehen mann du verdammtes stück dreck ja stirb du stirb auch wow nicht in die stacheln rein bitte so was das ganze nochmal von vorne etwa etwa also kann ich nicht ins wasser ja es sieht was aus aber irgendwie auch wieder nicht doch gut 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 aber hier unten war doch nichts oder ja doch hier war ich noch nicht drin ja gut ich nehme es mit Halt, ist da hinten noch ein Geheimnis. Ne. Ja gut, immerhin noch ein paar Raketen gefunden. Aber bringt mir jetzt schlussendlich auch nicht so viel. Und das hier? Diese ganzen Einbuchtungen. Irgendwas müssen die... Au, 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 au. Ich dachte, mit der Screw Attack könnte ich da durch. Aber offenbar... Offenbar kann Samus einfach mal gar nichts. Okay, wie soll ich jetzt da hochkommen, bitte? Okay, so. Ha, ha, ha. Okay, dann gehe ich halt nochmal den ganzen Weg zurück. Irgendwo muss ich ja was übersehen haben. Bloß wo? Das ist jetzt so meine Frage. So, hänge ich mich mal hier hin. Springe mal hier rüber und hier rüber. Ne, mir gehen echt langsam die Ideen aus. Ist gut, dass ich vorhin auf der Suche nach dieser Energie noch diesen, diesen Metroid gefunden habe. Aber, ja. So. Immerhin haben wir wieder mal gespeichert, nicht wahr? Das ist auch immer schön. So, gehen wir nochmal hier runter. Hier unten im Wasser. Habe ich doch eigentlich alles abgesucht, oder? Im Prinzip ja. Ja gut, dann kann ich dann wohl oder übel doch hier hochgehen. Nium, 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 nium. Mhm, mhm, mhm. Also, für die ganz Dummen. Da ist nur eine Larve. Und hier hinten war ein Metroid. Ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr durch diese Räume durchgehen, aber es bleibt mir nicht viel anderes übrig. Na, da sieh eine an. Hier war dieser, dieser, äh, dieser Metroid des Todes, oder? Ja, der hat mich gekillt. Verstanden. Und dann, ja, so groß ist dieses Gebiet doch eigentlich... Oh, Samus. So groß ist dieses Gebiet eigentlich gar nicht. Wo könnte hier noch was sein? So, hier hingehängt. Und hoffen, dass ich da durchkomme. Oh, du dämliches Stück Scheiße. Oh, das war knapp. Ja. Da drüben ist der Weg. Mach dich doch mal zum Ball, Samus. Warum kannst du das in der Luft nicht? Echt, das nervt. Halt. Ähm, da vorhin war der Speicher-Ding. Und hier könnte ich meine Waffe wieder wechseln. Das ist richtig. Oder? Und dann müsste da rechts gleich wieder seine Larve auftauchen. Irgendwo? Oder war es links? Ne, es war rechts. Die Larve war rechts und der Metroid war dann links. Ja. Da sind wir auch entlang gegangen, oder? Ja, ich muss das alles nochmal nachprüfen. Das ist ein bisschen doof. Ah. Nein, natürlich nicht. Natürlich klappt das nicht. Warum auch? Das wäre nur cool und überlebensnotwendig. Gewe... Hallo? Meine Güte. Was ist das für ein verfickter Raum hier? Ja, komm. So. Ja, hier ist auch leer. Hier ist auch leer, ja. Hä? Okay, ich... Ich bin... Überfragt. Ui. Ui. Nein, Samus. Samus, du bescheuerte... Ey, das gibt's doch gar nicht. Die springt nicht so, wie ich es will. Schon wieder nicht. Kein Salter, nix. Und, ja. Der letzte Sprung hat wieder nicht funktioniert. Ich check den scheiß Sprung nicht. Also, ich verstehe ihn. Ich kann ihn ja theoretisch, aber nicht immer. Und das ist der Punkt. Wenn er nie funktionieren würde, dann würde man sagen, ja gut, er checkt den Sprung einfach nicht. Er weiß nicht, wie es funktioniert. Aber, sorry, ich schaff's ja manchmal. Deswegen, ja. Lassen wir das. Fahren wir jetzt mal wieder ganz hoch. Da war ich zwar schon. Oder? Ja, natürlich war ich da schon. Aber irgendwo muss es ja noch so einen scheiß Metroid geben, nehme ich an. Ansonsten wüsste ich nicht mehr, wohin. Ja, ich weiß. Das ist ziemlich spannend jetzt für euch, immer den selben Weg mit anzusehen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich... Ja. Wenn ich versuche, Energie anzusammeln, dann finde ich noch Metroids und alles Mögliche. Das ist nicht so cool. Deswegen müsst ihr euch das jetzt einfach antun. Vielleicht muss ich ja hier wirklich noch irgendwas freibomben oder so. Bloß was? Ja. Oder ist die einfach wieder eben... Ah, 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 ah! Nein! Aha! Habt ihr gesehen? Da war was. Da war tatsächlich was. Wie, die, 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 die. Hier irgendwo. Tatsächlich. Ja, aber... Was bringt mir jetzt das? Aha. Es geht tatsächlich noch weiter. Ja, wohin denn? Da oben ist ein Raum, habt ihr gesehen? Ja, komm, es hätte einmal gereicht, wenn ich einen Stein hätte wegmachen müssen, oder? Ernsthaft jetzt? So. Was haben wir denn hier Schönes? Raketen! Sehr schön. Ja, gut, da sage ich nicht nach... Und? Ein Energietank! Wow! Moment mal! Habe ich jetzt alle Energietanks vom ganzen Spiel? Es sieht verdammt doch mal so aus. Da hätte gar keiner mehr Platz. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwo wieder runter? Ja, hier. Schön. Schöne Sache. Ja, hallo. Setz die Bomben doch bitte da unten, ansonsten bringt das gar nichts. Okay, Samus? Gut. Und noch ein letztes Mal und dich gleich noch festhalten, bitte. Danke. Oh je. Also da... Habe ich hier einen Metroid gekillt? Ne, das hier, das ist mir suspekt hier. Wozu ist das bitte da? Verstehe es gerade nicht. Nein. Nein. Es war... Ich kann dir da nichts mehr tun, außer zu fallen. Seht ihr, es macht so einen Spaß. Ich kann nirgendwo landen. Super, nicht wahr? Ja, komm. Fick dich doch. Meine... Hallo? Ich gehe jetzt halt mal ganz nach unten. Ganz nach unten. Ganz weit nach unten. Solche Räume machen echt Spaß. Ja, ich kann hier nur einmal außen rum gehen. Merkt ihr? So viel kann ich gar nicht übersehen haben eigentlich. Im Prinzip. Naja, etwas muss ich übersehen haben. Auf jeden Fall war es das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschö. Tschö.